Mach es dir gemütlich. Setze oder lege dich dabei hin und achte auf deinen Atem. Wie du ein- und ausatmest. Stelle dir vor, wie du früh morgens in den Wald gehst. Und wie du all die Geräusche um dich wahrnimmst. Das Rauschen des Windes durch die Äste der Bäume. Und wie er dich sanft berührt. Die Vögel mit ihrem schönen Gesang. Du spürst auch die Erde unter dir, die dich trägt auf dem sanften Waldboden. Spüre, wie du immer mehr in dir, in deinem Inneren ankommst. Lass dich von der Natur begleiten. Auf der Reise in dein Inneres. Und irgendwann wirst du fühlen, wie der Herzschlag der Natur mit deinem Herzen gemeinsam schlägt. Sprecher, wie du immer mehr in dir. Sprecher, wie du immer mehr in dir. Sprecher, wie du immer es dir? Sprecher, wie du im Technischen meillä. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des 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 ZDF, 2020